DER Reisebüros haben 500 Standorte in ganz Deutschland. Wir haben da in jeder großen Stadt die besten Lagen und präsentieren uns auch mit einem ganz wunderbaren, frischen Möbelkonzept. Unsere Ansprüche sind primär darin begründet, dass die Mitarbeiter sich nicht groß um die Geräte kümmern müssen. Sie müssen einfach funktionieren und drucken. Wir haben alle am Markt befindlichen Drucker, die in Frage kommen, getestet, sowohl in unseren Stores als auch in der Zentrale durch die IT-Kollegen. Die Firma Browser hat vom ersten Tag an einen sehr professionellen Eindruck bei uns hinterlassen, von der Präsentation der Produkte, aber auch der Firma selber. Wir haben natürlich viel getestet im Vorfeld, haben verschiedene Modelle verschiedenster Hersteller getestet. Insbesondere Browser konnte überzeugen in der Lautstärke, der Geschwindigkeit, aber auch in der Robustheit der Geräte. Sie machen einen sehr wertigen Eindruck. Der Browser Laserdrucker springt sehr schnell an. Er steht sofort zur Verfügung. Das ist wichtig, damit die Unterlagen schnell gedruckt werden können und der Kunde nicht lange warten muss. Und nach dem Ausdruck ist er auch ganz schnell wieder leise, was ebenfalls sehr wichtig ist, damit wir im Verkaufsgespräch nicht gestört werden. Die Mitarbeiter sind dankbar dafür, dass sie sich nicht weiter darum kümmern müssen, ob noch genug Toner vorhanden sind, ob noch welche bestellt werden müssen und wo sie sie bestellen müssen, dadurch, dass die Drucker sich selbstständig verbrauchsmaterial bestellen. Die Zusammenarbeit zwischen den Partnern von Rollout, den wir innerhalb kürzester Zeit durchgeführt haben, Browser und uns, hat sehr gut funktioniert und hat es ermöglicht, dass wir in vier Wochen 800 Drucker deutschlandweit ausrollen konnten. Wir können dank des Siegels, dem blauen Engel, sicher sein, dass die Browser Laserdrucker emissionsfrei arbeiten. Darauf verlassen wir uns. Wo andere Hersteller teilweise sogar nur ein einziges Jahr Gewährleistung übernehmen für das eigene Gerät, kommt Browser automatisch mit drei Jahren an den Start. Und das zeigt uns als Kunde natürlich, dass Sie an Ihr Produkt glauben. Auch eine Erweiterung um weitere zwei Jahre war völlig problemfrei möglich, so dass wir jetzt fünf Jahre auf der sicheren Seite sind. Ja, mein neuer Kollege ist prima. Er ist zuverlässig. Er hat ein klares Druckbild. Er verschmiert nicht. Ja, wenn die Gäste dann die frisch ausgedruckten Vertragsunterlagen von mir ausgehändigt bekommen, ist die Vorfreude natürlich riesig und das Leuchten beginnt. Und so beginnt auch schon ein bisschen der Urlaub. Untertitelung des ZDF, 2020